hallo-deutschschule.ch Hören und nachsprechen Lektion 39 Hört zu und sprich nach. Der Apfel ist gesund. Der Apfel ist gesund. Die Banane ist gesünder. Die Banane ist gesünder. Die Orange ist am gesündesten. Stimmt das? Stimmt das? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das Haus ist gross. Das Haus ist gross. Dieses Haus ist grösser. Dieses Haus ist grösser. Und dieses Haus ist am grössten. Und dieses Haus ist am grössten. Das Schwein ist schwer. Das Schwein ist schwer. Die Kuh ist schwerer. Die Kuh ist schwerer. Der Elefant ist am schwersten. Der Elefant ist am schwersten. Halt an. Halten Sie an. Halten Sie an. Haltet an. Haltet an. Isst gesünder. Essen Sie gesünder. Essen Sie gesünder. Esst gesünder. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Fahren Sie vorsichtig. Fahren Sie vorsichtig. Fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig. Sei leise. Seien Sie leise. Seien Sie leise. Wasch deine Hände. Waschen Sie ihre Hände. Waschen Sie ihre Hände. Waschen Sie ihre Hände. Wasch deine Hände. Wasch deine Hände. Pass auf. Pass auf. Passen Sie auf. Passen Sie auf! Passt auf! Trink weniger Alkohol. Trink weniger Alkohol. Trinken Sie mehr Wasser. Trinkt weniger Bier. Steh auf! Stehen Sie auf! Stehen Sie auf! Stehen Sie auf! Stehen Sie auf! Geh geradeaus bis zur Kreuzung, dann rechts. Geh geradeaus bis zur Kreuzung, dann rechts. Gehen Sie bei der nächsten Kreuzung nach rechts. Gehen Sie bei der nächsten Kreuzung nach rechts. Geht jetzt nach Hause. Geht jetzt nach Hause. Öffne bitte die Garagentür. Öffne bitte die Garagentür. Öffnen Sie bitte die Tür. Öffnet nie eine E-Mail, von der ihr den Absender nicht kennt. Öffnet nie eine E-Mail, von der ihr den Absender nicht kennt. Nimm doch ein Taschentuch. Nehmen Sie das Medikament jeden Tag. Nehmen Sie das Medikament jeden Tag. Nehmt keine Drogen. Nehmen Sie das Medizin. Das Sofa kostet 2830 Franken. Das Sofa kostet 2830 Franken. Das Sofa kostet 2830 Franken. Nehmen Sie das Medizin. Die Jacke kostet 525 Franken. Die Jacke kostet 525 Franken. Der Stuhl kostet nur 99 Franken. Der Stuhl kostet nur 99 Franken. Die Kissen kosten nur 27 Franken pro Stück. Die Kissen kosten nur 27 Franken pro Stück. Die Tasche ist aus Leder. Der Tisch ist aus Holz. Das Fenster ist aus Glas. Das Fenster ist aus Glas. Das Messer ist aus Metall. Die Teller sind aus Plastik. Die Teller sind aus Plastik. Das Fenster ist aus Holz. Das Fenster ist aus Geldern. Das Fenster ist aus einem Hut fill. Das Fenster ist aus der Spacearbeit. die dirulars sind aus Milch. 부드� camps jeweils sind bei Nine dangers�しょう. Vielen Dank.